Da ist er doch, unser kleiner Freund. So, bist du lieb? Oh Gott, er ist nicht lieb? Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSB. Und wir sind heute wieder nochmal, wie die ganze Woche eigentlich, mit dem VW Pasa B7 unterwegs. Amber Cover mit unserem schicken versteckten Blaulicht, was wir draufsetzen, wenn wir es brauchen. Und wir hatten ja schon seit Anfang der Woche eigentlich vor, am Strand zu patrouillieren. Das machen wir heute, holen wir heute nach, auch wenn das wird ja ehrlich gesagt zum Kotzen. Es schifft wie am Strand. Dafür sind viele Leute unterwegs. Ei, 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 wir fangen unsere Patrouille an, würde ich sagen. Ja, mach langsam, mein Freund. Du bist Stress? Guck mal, nee, 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 nee. Jetzt abhauen. Den bleiben. Erst Stress machen wollen und dann abhauen, oder was? Ja, shit. Kannst du laut sagen. Gib mir mal deinen Ausweis, ja, mein Freund. Alexander Faraday. Der Dispatch bräuchte später eine Persisorenüberprüfung. Lass was vorliegen, mein Freund. Egal, liegt nichts vor. Kriegt trotzdem Strafzettel. Wegen Beleidigung gegenüber eines Police Officers. Übrigens heute wieder mit Partner, der uns relativ ähnlich sieht, nur mit Schnurrbart und mit Brille. Das ist unser Bruder. So, have a nice day, bitch. So, und jetzt kommen wir mal zu dir. Dein Ausweis, ja, damit. Vincent Politano. Wo kommst denn du her? So, Dispatch bräuchte bitte noch eine Persisorenüberprüfung. Mr. Spoken by Gwentau. Auch hier liegt nichts vor. Aber auch du kriegst einen Strafzettel. So. Ja. Nochmal und du kommst in den Knast, mein Freund. Better believe me. Have a nice day. So. Sind ja extra langsam gefahren. Mal ja, nehmt mal hier Leute langfahren. Oh, und es hat aufgehört mit Regnen. Uiuiuiui. Wenn das mal nicht ein gutes Ominus. So. Wir fahren schon extra langsam. Strafzettel kriegt und geht erstmal shoppen. Get shirty. Lass es mich raten, da gibt es Scherz. So. Oh, und die Sonne kommt raus. Wo? Über uns sehen wir leider nicht. Sehen wir aber am Boden. Sehr schön. So. Gucken natürlich, ob irgendjemand auffällt. Und hier. Oh ja. War noch genug Platz. Wir sind ja auch irgendwie patrouillieren können. Das war auch schrocken. Wird natürlich jetzt weg. Oh, 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 oh. Nicht der hat Glück, aber der nicht. Schauen wir uns natürlich an. Das ist komplett Parkverbot. So, das bespricht du mit einem Bladecheck. Zu 22 UFR564. Kann man, wie es mich verarschen. Jetzt. Okay, die Knicks vor. Trotzdem ein Strafzettel. Und den Abschleppwagen bräuchte ich noch. Oh, die sind ja aber schnell. Nee, 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 nee. Was machst denn du? So. Naja, ein Sacken. Weg damit. Sehr schön. Und ich bräuchte noch einen Töten. Töten. Scheiße. Wollte ich nicht. Ja. Ein Bladecheck bitte. Und jetzt aber ganz schnell. Und Strafzettel. Dann kommt der Exaktion. Sehr schön. So. Wir schreiben noch. Wir schreiben noch fertig. Na komm, kässt dich aus. So. Hier haben wir einen Verkehrsunfall. Was man natürlich abschleppen lassen. Sicherheitshalber. Einen Abschleppwagen habe ich da an der Stelle. Das wollten wir alle ja am Strand. Hat wird da eh nix. So. Reine Schreifenwagen. Wir haben gut geparkt. Die fahren links und rechts davon. Sehr schön. So. Langsam. Aber vorsichtig. Vorsichtig. So. Sehr schön. Das hat man auch schon mal geschafft. Zeig mir den Bizeps. Die hier vorne. Herrlich. Sehr nice. So. Ansonsten scheint hier auf dem Strand alles ruhig zu sein. Der schmeißt das Essen weg. Tch, 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 tch. Das ist doch noch so schönes Wetterwort, hätte ich nicht gedacht. So, weit ausholen, sonst erschrecken sich wieder die Leute. Sind es nicht gewohnt, wenn ihr die Polizei lang fährt. Ja, einfach aufreißen. Könnte man immer als Beleidigung verstehen, Asshorn, hier gibt es The Monkey Head, die Movie Mask, genau. Hier kann man ja die Masken kaufen, brauche ich. Das wird heute wahrscheinlich mal eher eine ruhigere Folge werden, aber muss auch mal sein. So, hier haben wir wieder Autos, da parken wieder zwei hier im Parkverbot. Schauen wir uns natürlich an. So. Ei, 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 so, warum steht denn der so beschissen hier da? Ähm, das Patch brauche ich mal bitte ein Bild. Check 2, 6, K, H, F, 7, 3, 3. Okay, da liegt nichts vor. Kriegt er hier einen Strafzettel. Und einen Abschleppwagen. So geht es natürlich nicht. Wir halten unsere Autos hier, äh, unseren Strand sauber, unsere Autos. Das ist auch gut. Und der da hinten hat Glück gehabt. Letztes Stück ausgenutzt. So. Diesmal brauche ich einen weiteren Playjack. Nein, ach, stimmt, einen Abschleppwagen rufen. So, 2, 9, P, Erd, X, 9, 9, 7. Und? Wir haben noch eine Strafzettel natürlich. Die verdienen sich ja eine goldene Nase. Und weg, ihr so. Bitte in die andere Richtung fahren, bitte in die andere Richtung fahren. Du hast damit doch nichts am Strand zu suchen. Eieiei. Kürzt ab über den Strand, okay. Naja, gut. Boom. Fällt der Kollege zusammen. In so ein Schluck Wasser. So, unsere Streife geht jetzt weiter. Komm, lauf weiter, Fucke. Jetzt kriegst du einen Strafzettel, weil du den Kaffee fallen gelassen hast. Wir haben jetzt gar nicht an unserem Strand heute hier. Also, der Strand hier ist echt ruhig. Ich habe jetzt keine Vorkommnisse. So, die Abtei im Live-Guard hier, links von uns. Nicht, what the heck, what the fuck ist das? Hier gibt es so viele zum Abschleppen. Ei, 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 ei. My turn, motherfucker. Oh, der will uns auch aus dem Auto ziehen. Oh, yeah. Schlägerei. Ando, come on. So, geklärt. Diesmal kommen wir kommen und kommen. Sehr schön. Der greift uns nicht nochmal an. So, viel Arbeit ist, steht vor uns so rum. Einmal einen Playcheck. Ich tue mal einen Strafzettel auf jeden Fall. Gut, legte nichts vor. All right. Wird abgeschlappt. So, dann röchten wir hier bitte einen Playcheck. Natürlich auch einen Strafzettel. Ruhm's weg, die Karre. Steht im Baugeburt, ist ein gutes Recht. Auch nichts vor. So, dann bräuchte ich auch hier bitte einen Abschleppwagen. Und der ist noch fällig, keine Abs. So, klar. Einen Playcheck bitte. Zwei, drei, GC-E-075. Strafzettel. Und nix, da kommt auch nix gegen den vornen Stuhl. Um errascht mich immer mehr. So, einen Todwalker an der Stelle. Hier verdient euch eine goldene Nase, ehrlich. So, da hinten das Auto wird einfach weggeschoben. Obwohl es auch nicht geparkt worden ist. Und dann bräuchte ich noch einen letzte Playcheck. Zu 04 VON455. Ja, guck da, ein Strafzettel. Oh, nur um zu Renz. Wenn wir eine Überprüfung machen. So. Wir rufen mal hier das Bombenkommando. So müssen wir das Auto überprüfen. Ähm, damit der nicht wegfahren. Kann man nicht, das macht es schade. Bevor er die Kralle dran machen soll. Ähm. Und nimm mal ein Stück Abstand. Bei 9-Minute kommt's. Da kommt's, ja. Wow, 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 Achtung. Eie. Und unsere Tür ist wieder ab. Ich war fläde. Oh, oh, das gibt ja aber. Das gibt ja aber. Okay. Schnüffel und ist auch da. Deep breath. Here we go. Ich bin gespannt. Das Auto hat das nochmal genommen, ja? Okay, Auto ist sauber. Strafzettel haben wir gemacht. Dann bräuchten wir noch einen Abschleppwagen, bitte. Und dann sind wir hier eigentlich durch. So. Müssen wir natürlich unser Auto reparieren lassen. Wenn's geht, bitte nicht reinfahren. Okay, macht's so rum. Dann machen wir das so rum. Ei, 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 ei. So. Oh. Wie geht das? Was? Äh. Unser Status ist okay. 10-4, copy that. Jetzt sind ein bisschen unbeholfen aus der Kollege hier. Aber der wird er schon klären. Na, wieder mal Buggy. Ei, 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 ei. Traurig, traurig. So. Langsam, aber sicher wird's. Abend. Was spielt haben wir's überhaupt? Jetzt kann ich das Handy nicht aufrufen. Sonst kann ich das immer machen. Egal. Jesus und Brice ist das bringt gar nix. So, vorsichtig, die Polizei im Einsatz. So, und das ist quasi das Strandende hier. Warum steht dort ein Traktor? Was geht denn hier schon wieder ab? Das ist aber hier nicht normal. Verprüfen wir natürlich. Schauen, ob man eine Plate Checker-Frage machen kann. Tatsächlich zu 07 ELN 241. Da steht noch einer. Einmal abschleppen lassen, bitte. Und wir haben natürlich einen Strafzettel. So geht's nun auch wieder nicht. Höh. Stuhl im Bus ist auch nix für uns. Oh, hier steht auch verarmt mit Suspekt. Bewaffnete Person. Na, das schnappen wir uns doch sofort. Komm an. Verfolgung. Doch noch ein Einsatz hier mitten am Strand, so wie es aussieht. Da ist er, da ist er. Schüsse fallen. Oh ja, Polizei-Einheit ist mit unterwegs. Dispatch bräuchten weitere Einheiten und eine Luftunterstützung, bitte. Das ist gefährlich. Am Strand. Ich schieße den Boden vor allem. Ich sehe gar keinen. Und hier werden Leute überfahren. Eichfahrt, Leute. Ach da, außen Dings. Da, noch Schuss. Okay, die ist hin. Die ist auch hin. Oh ja, die ist zusammengefaltet. So, Dispatch, bräuchte bitte einmal Corona an meiner Stelle. Die haben wir zusammengefaltet. 21, 21, sage ich doch. So. Ein Playcheck. Ja, die ist hin. Und einen Todwerk bitte an meiner Stelle. Expert Insolvenz, alles klar. Dann wurde ich in der Stufstange gelandet. Ja, du bist gerade auf der Leiche gelandet. Bist du zu dümmt zum Fahren, oder was? Wie sind die jetzt hin? Jetzt ist es weg. Auto ist weg. Dann packt wenigstens die nach hin. Ich habe manchmal einen Ge... Fahrstunden habt ihr... Okay, ne, war? Bin entsetzt. Geht ja mal gar nicht. So. Rein und unser Gefährt. Unser Kollege macht schon Feierabend. Worum auch nicht. Wäre eigentlich mal eine gute Idee. Oh. Ein Hund wurde wieder gemeldet. Das können wir auch so noch schnell machen. Oh, diese Gü. Schon wieder abgesorgt. Wir waren aber eigentlich in unserer Nähe. Und... Gut. Kommt noch mal eine Meldung mit dem Hund. Ähm... Fahren wir natürlich noch schnell hin. Den Einsatz machen wir noch. So. Können wir ihn schon gleich... Ah, nein. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Können wir nicht. Abkürzen. Ja. Wo seid ihr? Komm mal. Hm. Selbst am Strand gehen die Prostituierten ihren Dienst nach. Okay. Eieieiei. Größer ging aber... Größer ging nicht, ne? So. Fahren wir den Strand erstmal ab. Ein Hund wurde gemeldet. Da steht schon wieder eine Prostituierte. Eieieiei. Das kann ja was werden. Soll ich den Hund hier finden? Feuer am Strand. Meine Fresse. Ihr seid mutig. So. Noch... Ein Feuerschein. Also hier ist schon mal kein Hund. Okay. Können wir die Kurve? Können wir die Kurve? Ah. Knapp. Ja. Ja. Was jetzt tags wäre. Da ist er doch. Unser kleiner Freund. So. Bist du lieb? Oh Gott. Er ist nicht lieb. Okay. Na. Okay. 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 Er verbeißt dich. Er verbeißt dich. Das kann nicht gut gehen. Außer Gefecht. Hätte man doch bloß gleich alle richtig erledigt. Eieieieieiei. Na gut. Dann würde ich sagen. Wir werden gleich aus dem Krankenhaus entlassen. Ach. Der Kollege. Jetzt ist er wieder da. Sehr schön. Wenigstens einer, der uns abholt. Und der Hund ist immer noch. Willst du mich doch verarschen. Echt jetzt? Na dann. Ah. Bevor weitere Leute noch anfällt. Fahren wir sofort nicht hin. So. Das lassen wir natürlich nicht nehmen. Ich dachte der Einsatz wäre beendet. Aber der ist noch aktiv. Gut. War ja bloß. Eine kleine Bisswunde. Immerhin hat der Kollege mich dann abgeholt. Neuer Tag. Hat er ausgeschlafen. Sehr schön. Find ich toll. Das sind Kollegen auf die man sich verlassen kann. So. 1,2 Kilometer nach. Packen wir hier durch. Jawoll. Aber die sind ein paar Minuten länger. Hauptsache wir können den Einsatz noch positiv wenden. Nur wahrscheinlich nicht für den Hund. So. Da war so ein wenig her. Auf geht's. Platz da. So Jungs und Mädels. Ich kann jetzt hier keinen großartigen Rücksicht nehmen auf euch. Da ist er. Erkennst mich noch. So. Das klar geschossen. Nochmal machst du es nicht mit mir. Ei, ei, ei. So. Einmal wollen wir ein Tier aus noch bitte hier an meine Stelle. So. Wegstecken die Waffe. Hey, sugar. Hey, sugar. Oh, hi, sugar baby. So. Ja. Hund und angegriffen gebissen. Mussten die leider eliminieren. Ja. Er ist tot. War klar. Und wie ich. Der Kollege wieder. Das zweite Mal heute. Ich werde blöde. Ja, weil ich die Kollegen kenne, hat es einfach hier drauf geknallt. Jawohl. Tut mir leid, mein Kleiner. Aber was sein muss, muss sein. Ruhe in Frieden. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende mit dieser neuen GTA 5 LSP-DFR Folge. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei wart. Und hoffe natürlich, ihr seid dann bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.